Willkommen zu einem neuen Format. Wir nennen es Samples. Samples heißt, das sind Musterstücke, die wir Ihnen zeigen, die wir öfters mal haben, die wir in verschiedenen Ausfertigungen bekommen und die nicht sehr teuer sind. Und hier habe ich ein Sample, ein Beispiel, ein Muster von der Firma W. Schillig und zwar das Modell 123-01 Softie als Jazz Long in Lederweiß, in Longlife Lederweiß. Ein tolles Möbel, Jazz Long finde ich klasse, weil es halt mehr ist, wie nur eine Kreuzung von Sofa und Sessel. Nämlich, es ist ein Divan, es ist eine Liegemöglichkeit und Softie hat alles Zeug dazu, was man braucht. Ein bewegliches Kissen, hier kann ich es mir bequem machen, ich kann mich runterlegen, einen nicht so festen Sitz, ich kann mich reinkuscheln und damit das Ganze nicht so feilig wird, die Abnähte mit den Knöpfen finde ich auch gut. Denn damit hat man zwar ein paar Teilen drin, aber die werden nicht unendlich mehr. Kissen ist wegnehmbar, Sie können also auch so das machen und auch mal so sitzen, ganz normal. Natürlich kann man sagen, es stört mich, dass es hier nicht bezogen ist. Fachleute wissen warum. Ich sage es Ihnen kurz, Leder auf Leder rutscht und hier haben Sie dann auch noch ein Stück ausgespart. Und so bleibt das Kissen schön stehen. Aber, okay, manche verstehen es nicht und wollen das bezogen haben, geht halt leider schlecht oder nicht. Armlehne, ja hier gibt es noch ein Armlehnen Kissen, mein Mikro macht heute was es will. Ein Armlehnen Kissen, wo man reinlegen kann, kostet extra, hat man es aber dann gemütlich. Für mich geht es jetzt auch so, ich werde es mir aber schon in Kissen reinlegen. Und so können Sie den Abend verbringen. Ein tolles Möbel mit viel Beinfreiheit, wo auch Ihr Saubroboter durchgeht. Natürlich haben Sie einen Platzbedarf, der größer ist wie beim Sessel. Sie brauchen 1,70 Meter auf 1 Meter, aber Sie haben hier auch mehr davon. Sie haben aber halt nicht zwei Sitzplätze wie beim Sofa. Wir bekommen die Chessler 123-01 Softie öfters, weil Otto.de die im Programm hat und da öfters Kundenstornos kommen, Bestellfehler passieren und online wird das Modell sehr gut verkauft. Deshalb bekommen wir das jetzt auch öfters als Schnäppchen. Das hier ist ein Kundenstornos, ein typisches Beispiel. Wir verkaufen es für 699 Euro plus 99 Euro Fracht. Otto, weiß ich nicht, schauen Sie mal nach. Wir verkaufen es in Stoffen noch günstiger, in teureren Ledern vielleicht auch mal etwas teurer. In der Preisspanne zwischen 500 und 800 Euro kriegen Sie bei uns eigentlich fast immer Softie als Chessler. Wenn Sie also etwas Bequemes wollen, wo Sie richtig chillen können, wo Ihr Platz ist für den Abend, dann empfehle ich Ihnen die Chessler Softie 123-01 von W. Schillig. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Martin Sofa sagt Danke. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns ein Schnäppchen erwerben und ich freue mich, wenn Sie mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Per Chat, per Mail, per Telefon oder live hier in Empfingen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von Profischnapp.de Ihr Lutz Reinhardt von Profischnapp.de Bis gesehen. Bis